Einen wunderschönen guten Tag zu einer weiteren geschmeidigen Runde Orks in der Wüste. Da wir im Gring und Grau Wurt machen da weiter, wo wir letztens aufgehört haben. Vielleicht kriegen wir es ja jetzt hin, wir müssen vielleicht mal ein bisschen die Zeit reducen. Und ich mag immer noch keine Orks, jetzt noch weniger als vorher. Und ich mag immer noch keine Orks. So, haben wir... Leider, die Karte hier ist halt total orkslos, weil die keine Burgen besitzen hier. Wir müssen halt ziehen. So, dann machen wir aus euch... Machen wir kein Gold, okay. Keep it easy, keep it troll. Spiel aber. Vielen Dank. Ja, der wäre so oder so gekommen. Der kommt immer. Der kann eigentlich nichts. Der nervt nur. Der nervt nur. Dann beamt er sich wieder weg. Der kleine Otto. Jetzt können wir mal richtig auf die Nuss. So, wenn alle jetzt hier sind, dann Tuning. Aus. Den separieren wir noch da. Und ihr kommt noch da. Aus. Aus. Die Linsen da, alles weg. So, dann machen wir den hier offen. So, halt. So. Aus. Da sind Sachen. Hier sind Sachen machen. So. Dann machen wir ein bisschen Goldie. Goldie die Waldfee. Man. Ich bin. Untertitelung. BR 2018 So. Du kommst zurück. Du kommst zurück. Du gehst noch da. Du kommst noch da. Und du kommst noch da. Ich schmeiße die Hand ab. Ich hoffe, dass wir eine Fusionierungsgrade kriegen. Aus. Die Fusionierungskarte funktioniert. Hier oben links ist erstmal safe. Dann schieben wir die jetzt noch da. Ah, lass den mal da unten. Kann man machen, was er will. So. Jetzt müssen wir unser Brain benutzen. Das war ganz stark. So. 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 Wir schieben die erstmal da weg. Die machen das. Die machen da Mackie Messer Show draus. Die laufen nach da oben. Wenn ihr das alles habt, haben wir unsere Super Saiyajins wieder nach hier oben. So. 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 machen wir machen wir machen die oder auch nicht werden die sperre davor werfen sollen mag das wenn das so bockenschwer ist so ein bisschen gold ein bisschen gold ein bisschen gold ein bisschen gold ja da ist es gold und rein in die älger juni hätte einsatz er wehnt sich jetzt wieder nach neverland so 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 und ein leuchtturm ein bisschen silber talaschens ein paar mehr silber talaschens so 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 und da hat er sich erledigt mit dem orc haben wir ihn weggebrezelt fortsetzen was kommt jetzt so hat man das anscheinend erledigt hat hat wir müssen mal gut so das haben wir das haben wir das haben wir immer ruhe bewahren dann klappt das auch mit den nachbarn muss das mal hier machen erziehen ok ein haus perfekt eine gerade straße wenn die straße umdrehen müssen naja dann dann Amen. Noch ein Gold. Amps. Tschüss. Schwere. Schwere. Noch ein Gewölbe. Da ist auch noch eins. So, warte mal. Dann können wir die ja fusionieren. Genau. Dann stellen wir die hier unten hin. Und dann ist doch alles gut. Okay, da unten sind auch komische Gestalten. War vielleicht dann doch nicht so schlau. War tatsächlich nicht schlau. War nicht schlau. Machen wir nochmal. Aber wäre ja langweilig, wenn es leicht wäre. Okay. Pause. Da unten ist ein Gewölbe, hier sind zwei Gewölbe. Wo ist das dritte Gewölbe? Ja. 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 Kann man hier unten laufen lassen. Äh, lass, lass. Die weg. Ja. Ja. Wir müssen dann mehr Festungen bauen und spawnen dann mehr Leute raus. Da ist das halt viel besser. Ja. 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 Perfekt. Dann kann da eine ... Hier ... Warum nicht? Dann machen wir hier eine Schmiede hin? Wird schon gehen. Kurve. Räume. 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 naja das hat man nämlich funktioniert wenn euch jetzt folgt ob ich tätig bin welche so viele daumen machen nein ich versuche nur richtig um zu ordnen mit der besser und ich bin ja winzig nicht zu sagen mikro groß so um ja was auch 12 jetzt mal ein bisschen zurück jetzt noch da du mal keiner vor du waren das ab noch da der eine typ der durchgelaufen ist ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wo ist meine 9 Euro Box? So, wo ist meine 9 Euro Box? So, haben wir das geöffnet, das Gewölbe? So, wo ist meine 9 Euro Box? 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 So, wo ist meine 10 Euro Box? Ja, 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 ja. Die sind aber schon ganz ordentlich die Leute. Ja gut, wir haben... Oh, haben wir jetzt verloren. Ja, weil wir das Tor-Zendung verprügelt haben oder was? Ja, das war jetzt schade. Kann doch nicht sein, also irgendwie... Vielen Dank. Ja, so, dann machen wir es mal slowly. Vielen Dank. Vielen Dank. So. 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 So.